essen trinken haben wir eigentlich noch genug ist aber nur ein schwacher trost ich muss den troll da loswerden so bitte mal dahin bewegen ja toll ein artefakt mit käse das brauchen wir jetzt gerade nicht dass wir jetzt auch noch ein mutswerk haben das ok was für ein workshop hat er geklämt und kauf zu aufs workshop ist okay und wir haben wieder einen toten hund gefunden ich habe euch einen order buffet gegeben ein station befehl würdet ihr den bitte mal ausführen aber wenigstens einer kommt und ich sehe schon du hast wahrscheinlich gar keine munition inventory kröver leer mist habe ich überhaupt noch munition oder habe ich die gerade verballert ne da müsste doch jede menge im mund sein oder ja müsste hebe ich mal den befehl wieder auf mann was ist das für ein verbuggter troll okay wenigstens fängt mein mutswerk an zu arbeiten sieht euch das an dass es gibt es doch nicht da vergammelt wieder was und ich habe wahrscheinlich den armurzwerg überrecht gefunden habt ihr die komplette verschleppt das macht er macht bei einem kleinen fehler und schon hat man nur noch das totale chaos in seiner in seinem vor aber wir sind nicht nur nicht geschlagen das ist schon mal die hauptsache wir sind nicht geschlagen wir sind nur mit troll das einzige was ich jetzt gerne hätte wäre ein zwerg mit munition also okay er hat sein artefakt aus seiner mutter benannt es hat schon mal einen schönen wert habe ich mir eigentlich das great schon mal angeguckt ja da ist das konglomerat teubot drauf aber was ist damit oh das ist ein langer ansatz ein tetrahydrid amulett okay er hat es aus tetrahydrid gemacht höchste qualität es ist umrahmt mit bändern aus quadratischen konglomerat cabochon also cabochon ist ein eigenname das dafür gibt es keine übersetzung das habe ich endlich mal nachgeguckt übersät mit stacheln aus tetrahydrid und auf dem gegenstand ist ein bild von einer gigantischen morboots ohrhaft dem zwerg und zwergen in silber oder auch verschwendet morboots ohrhaft ist umringt umgeben von den zwergen dieses kunstwerk bezieht sich auf die ernennung des zwerges morboots ohrhaft zur position der königin der faithful sex im neunzigsten jahr auf dem bild ist ein auf dem gegenstand ist ein bild von warum sage ich immer auf dem bild sein bild auf dem zwerg und zwergen in chrysopras er ist wieder umgeben von den zwergen und ja ist noch mal dasselbe also zweimal dasselbe bild einmal in silber und einmal in cryopras ja gut von mir aus schlägt sich gerade ein kind mit dem troll er wurde jetzt tot gefunden mein armurzwerk er der liegt da und der troll ist bewusstlos deswegen das kind auf ihn ein und das geht es very unhappy das kind hat ein tantrum macht deswegen auch das elend noch ein kind mit einem tantrum äh squad a greift den da an greift den da bitte an und macht ihn tot auch wenn ihr mit euren crossbows drauf rum prügeln müsst äh hast du da auch ein tantrum gen ja torunger tantrum so es ist das wenigstens mal geschafft wir haben jede menge gefangene trolle und goblins und jede menge tantrum zwerge und wieder ein kind was ein tantrum wirft oh gott ich denke mal ich habe nach dieser aufnahme session etwas zu tun zum einen muss ich mein squad wieder neu einrichten wie sieht es mit weapons aus kupfermaze kann alles geclaimt werden und hier könnte eigentlich wieder gemeinert werden bitte ja schaut euch das an haufen tote hunde und rolle das tut mir sowas von dem herzen weh diese dumme fehler von mir ich komme mir gerade vor wie theoden wer das versteht ja von wegen helps klamm ist uneinnehmbar da sind noch zwei suspended das ist praktisch dass man jetzt sehen kann was suspended wurde wenn man pause drückt äh building bitte mir ein neues trade depot groß d aus konglomeraten äh designation b claim alles mal was hier rum liegt meine hunde haben hier unten im esszimmer wirklich großartige arbeit geleistet oh gott bist du auch verboten jo dann claim den da auch mal wir hatten echt glück dass sich die goblins noch mal zurückgezogen haben das hätten wir echt ein problem gehabt okay wir haben ein kind was total durchgedreht ist und jetzt leute töten will das ist jetzt schlecht vor allem bei einer weil die leute anfangen vor ihm weg zu rennen okay die hunde kümmern sich um das kind ja das kind ist verblutet ja das kind ist verblutet das sind aber nicht die einzigen die probleme haben definitiv nicht wenn ich mir die ganz roten pfeile angucke glaube ich dass wir ausbluten werden langsam man sollte sich wirklich niemals so siegessicher sein ich habe sogar einen raben gefangen guckt euch das ganze blut da auch noch an von den trollen und zwergenblut und hundeblut und was auch immer da ist das klebt oh gott ich sag das ungern aber die überlebenschancen für das vor sind haben sich jetzt halbiert langsam langsam ja 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 ja